Ich bin Celi Neve und ich spiele Tennis seit ich fünf bin. Mein Idol ist Martina Hingis. Ich freue mich am meisten darauf, dass ich gegen so viele Länder spielen darf und dass ich nach dieser Woche wieder etwas sehe, wo ich stehe. Ideal ist natürlich, dass Celi Neve mit verschiedenen Mädchen aus verschiedenen Ländern und Regionen in Kontakt kommt. Und da kann man auch beobachten, dass verschiedene Spielweisen zu erkennen sind und dass sie die Möglichkeit hat, das kennenzulernen. Das ist super, also eine tolle Erfahrung, denke ich, für sie. Also mein Traum ist schon, eigentlich Wimbledon zu gewinnen, aber das ist eben ein Traum. Es ist ein Privileg, zu sein, für sie und für uns. Das ist sehr speziell und sehr unikt, das Longein Event. Das ist etwas, das wir alle brauchen. Also würde ich sagen, dass sie Spaß haben, lernen und zu hören. Die Leute, die mit ihnen arbeiten. Ich denke, das ist sehr wichtig. Ich denke, dass es ein tolles Event ist. Ich denke, dass Longein ein tolles Job ist, um die jungen Kinder zu helfen, die diese Tournäume zu machen. Dass sie mit verschiedenen Spieler von der gleichen Zeit für verschiedene Länder spielen. Ich denke, dass sie eine unikale für sie. Sie haben den Moment, das ist nur einmal passiert. und ich denke, dass sie das Privilegte hier spielen können und in diesem Event spielen können. Ich wusste wirklich, was ich wollte, weil ich ein Tennisballer wollte, aber ich habe nicht so schnell gespielt. Ich sehe Kinder mit 12 Jahren, die wahrscheinlich gespielt haben, als ich in meinem Leben habe. Sie sind großartig und ich denke, sie arbeiten sehr auf der Gym, aber gleichzeitig müssen sie auf der Zeit sein, denn es dauert einen Moment für sie, dass sie professionelle Tennisballer werden. Das ist ein Traum, aber sie müssen sie für das fighten. Wenn sie die Kinder zu reduzieren, in drei Worte, oder drei Worte, was sie brauchen? Sie müssen sie Respektieren, sie müssen sie hören, und sie müssen sie sehr hart arbeiten.